Wie lange dauert es eigentlich, um im Door-to-Door erfolgreich zu werden? Geht das über Nacht, innerhalb von Wochen, Monaten oder brauche ich sogar Jahre? Heutzutage leben wir ja mittlerweile in einer Gesellschaft, wo jeder den schnellen Fix will. Wo wir sofort Essen haben wollen über Fast Food. Wo wir sofort Glücksausschüttungen haben wollen über TikTok. Wo wir sofort schnellen Sex haben wollen über irgendwelche Internetforen und Seiten. Wir leben in einer Welt, wo wir nicht mehr, zumindest die komplett neuen Generationen, bereit sind, viel Energie und Leistung zu investieren, um ein Ergebnis rauszuhaben. Gerade die Leute, die damals in Kryptowährungen investiert haben, wo der Markt kurz bevor er hochgegangen ist, auf einmal über Nacht reich geworden sind, haben natürlich intensiv im Kopf, dass Erfolg nicht lange braucht. Und dass viele Leute mittlerweile heutzutage sogar diesen Durchhaltemuskel komplett verlernt haben. Die wollen alles so schnell haben, dass sie immer nur überall anders gucken, wo es vielleicht leichter sein könnte. Ja, wo die Wiese vielleicht grüner ist. Wo man vielleicht nicht so viel Arbeit investieren muss. Aber ich kann dir sagen, es ist in absolut jedem Bereich gleich. Du musst harte Arbeit investieren. Du musst ehrliche Arbeit investieren. Und du musst auch bereit sein, über einen langen Zeitraum durchzuhalten, um wirklich richtig erfolgreich zu werden. Es gibt ein paar Geschäfte, wo der Hebel, die Geschwindigkeit immens anders ist als in anderen Geschäften. Und Door-to-Door ist so ein Geschäft, weil du hier Fähigkeiten erlernen kannst, die nur mit Kommunikation zu tun haben und sofort zu Geld führen. Du brauchst nicht erst eine jahrelange Ausbildung, jahrelanges Studium, sondern du kannst sofort ab Tag ein Geld verdienen durch simples Auswendiglernen von Worten. Und dementsprechend ist die Antwort auf die Frage, wie lange du brauchst, um im Door-to-Door erfolgreich zu werden, ziemlich simpel. So lange, wie du brauchst, um im Door-to-Door erfolgreich zu werden. Wenn du alles versuchst, auf eigene Faust zu lernen, wenn du das jetzt vielleicht auch schon ein paar Monate oder sogar ein paar Jahre machst und immer noch bei irgendwie 60, 70 Kunden im Monat rumhängst, noch nie wirklich mal über 120, 130 Verträge im Monat geschrieben hast, außer wenn das Projekt prädestiniert war dafür und es leicht war, dort so viel rauszuholen, dann hast du definitiv ein Problem, weil du nicht bereit bist, dir Wissen da abzuholen von den Leuten, die es ganz offensichtlich erfolgreicher machen als du selbst. Das nennt sich ein Ego-Problem. Viel schlauer ist es doch, dein Ego abzulegen oder was auch immer es ist an der Stelle. Vielleicht ist es auch einfach nur Skepsis und direkt den Weg zu befolgen, der den größten Erfolg hat. Weil wir haben faktisch dort und dort in Deutschland revolutioniert. Es gibt keinen, der so schnell solche Ergebnisse kreiert hat, wie wir das bisher kreiert haben. Allein nur in den letzten anderthalb Jahren. Zeig mir jemanden und ich beweist dir das Gegenteil. So, und wenn du einer derjenigen sein willst, wo das nicht so lange dauert, wo das schnell geht, der Erfolg, dann musst du folgende Situation schaffen. Du musst 90% der Fehler, die du machen kannst, ausradieren. Das bedeutet einfach überhaupt gar nicht mehr machen. Wenn du das Ganze mal betrachtest, wie ein ganz normaler Weg. Solange du hier diesen Weg gehst und dich hier innerhalb dieser Vorgaben bewegst, wirst du auf einem sehr, sehr guten Weg sein. So, das wollte ich jetzt nicht, was hier gerade gezeichnet wurde. So. Solange das passiert, ist alles super. Wenn du aber keinen Mentor hast, wenn du niemanden hast, zu dem du aufschauen kannst, von dem du lernen kannst, sondern alles auf eigene Faust versuchst, weißt du ja gar nicht, wo hier die Barrieren sind. Du weißt doch gar nicht, wo das hier liegt. Du kannst es ja gar nicht wissen, weil du hast die Erfahrung gar nicht. Und selbst wenn du es schon jahrelang machst, hast du noch nie jemanden gehabt, der da mal rübergeguckt hat. Das bedeutet, du handelst nur nach deinen eigenen Erfahrungswerten und die haben dich zu den Ergebnissen geführt, wo du gerade bist. Und mit denen bist du ja nicht zufrieden, sonst wirst du ja nicht dieses Wiese gucken. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass du hier irgendwie ausschlägst, mal gehst du dann wieder zurück und landest hier und dann passiert das und so weiter und dann bist du irgendwann oben. So, wenn überhaupt. Die meisten schaffen es ja gar nicht dahin. Da schaffen es nur ein Prozent der Leute, die es auf eigene Faust versuchen, tatsächlich hin. So, und der andere Weg, wenn du wirklich bereit bist, ja, Hilfe anzunehmen, dann sieht es genauso aus, wie ich dir gerade gezeigt habe. Dann hast du letztendlich eine klare Strecke, wo du weißt, wo du dich bewegen kannst. Du weißt, hey, das hier sind Bereiche, hier sind Fehler. Die sollte ich definitiv wieder lassen, sollte ich machen, nicht machen, sondern wirst du dich in diesem Bereich hier bewegen. Es ist auch kein gerader Weg nach oben. Wir haben Coaching-Teilnehmer, bei denen das so ist. Das sind Leute gewesen, die einfach stumpf eins zu eins alles umgesetzt haben, ohne es zu hinterfragen. Aber meistens ist unser Verstand ja so gepolt, dass wir schon ein bisschen was hinterfragen wollen. Dann sieht die Kurve so aus, was tausendmal besser ist als das. Das bedeutet, die Frage, wie lange brauchst du, um ein Dort-O-Dor erfolgreich zu werden, kann ich dir nicht mal pauschal beantworten. Die kannst nur du dir selbst beantworten, indem du dir die Frage stellst, ob du bereit bist, Zeit, Energie und Geld in dich selbst zu investieren, um so schnell wie möglich nach vorne zu kommen. Weil normal ist Folgendes. Normalerweise Dort-O-Dor-Verkäufer, die richtig durchziehen, die auch eine richtig geile Ausbildung haben, was nur bei 1% der Agenturen der Fall ist, wenn überhaupt, sind nach einem halben Jahr meistens richtig im Thema drin und sind dann nach einem halben Jahr Dort-O-Dor in der Lage, extrem hoch zu performen. Die meisten quitten aber innerhalb dieser ersten 6 Monate. Das bedeutet, die magische Marke ist meistens über diese 6-Monats-Schwelle einfach hinaus zu kommen. Bei Coaching-Teilnehmern, da können wir dir Dutzende, Dutzende, Hunderte Beispiele tatsächlich zeigen. Manche findest du auch auf sars.de. ist es faktisch so, dass nach einem einzigen Monat im Training bereits die Zahlen sich durchschnittlich um 50% steigern, bei manchen sogar um 100%. Die direkt das Doppelte verdienen im Vergleich zum Vormonat, weil sie halt nicht mehr ausprobieren müssen, weil auf einmal keine Fragen mehr da sind, die irgendwie ungeklärt sind, sondern weil ein sehr, sehr klarer Weg vorgegeben wird, den du einfach gehen musst, woran du dich halten musst und deswegen 90% schneller vorankommst als absolut alle anderen. So, und dementsprechend ist mein bester Rat an dich, dich zum kostenlosen Erstgespräch einzutragen auf shrs.de, um genau diese ganzen Fehlerquellen komplett zu vernichten, zu minimieren, um direkt an die Hand zu bekommen, was funktioniert. Egal, ob du das seit gestern, seit einem Monat, seit einem Jahr oder schon seit 10 Jahren machst, bist du garantiert noch nicht da, wo du sein willst. Und wir haben mit Kunden Ergebnisse erreicht, die die, die du aktuell hast, bei Weitem übertreffen. Und dementsprechend shrs.de, trag dich ein zum kostenlosen Erstgespräch.